Hallo, hallo, hallo und willkommen, willkommen, meine lieben Friends, die auf dieses Video bzw. diesen Podcast geklickt haben. Servus, grüßi und hallo. Ja, willkommen zu einem neuen Podcast hier auf diesem wunderschönen Kanal. Ihr werdet es vielleicht schon anhand meiner Stimmlage und meiner, ich weiß nicht, eventuell enthusiastischen Ausdrucksweise mitbekommen. Und tatsächlich ist es der erste Podcast, den ich mal jetzt tagsüber aufnehme und jetzt nicht unbedingt still sein muss oder was heißt still, aber ein bisschen leiser, wegen schlafenden Menschen so im Haushalt. Und ja, hier sitze ich. Ihr sitzt womöglich auch oder liegt oder steht. Ich weiß nicht, was ihr macht. Aber auf jeden Fall habt ihr auf dieses Video, auf diesem Podcast geklickt und hört mir jetzt meiner wunderschönen, beruhigenden, natürlich erotischen Stimme zu. Ja, hi, na. Ja, was soll ich sagen? Erstmal vorab, das ist nicht das Video, was diese Woche als Extra-Video bzw. als Entschuldigungs-Video fürs letzte Wochenende kommt. Nein, das ist ein normales Video. Dieses lade ich jetzt nur am Freitag hoch, einfach der Zeit geschuldet. Das Video, was quasi extra, also was eigentlich letztes Wochenende kommen sollte, wird entweder Samstag oder Sonntag kommen. Dafür ist halt dieses Video jetzt am Freitag da, das heißt dieses Wochenende potenziell. Falls nichts dazwischen kommen sollte, drei Videos. Aber wie gesagt, das eine ist ja schon mehr oder weniger fertig. Und ja, deswegen sitze ich jetzt hier und nehme einen Podcast auf. Weil es einfach einfacher ist und ich übrigens auch Bock hatte, einen Podcast aufzunehmen. Und ja, deswegen mache ich das jetzt. Vor allem, man kann auch ein bisschen mehr in so einem Podcast labern als in so einem Video. Weil, ich sage mal so, ich glaube oder ich habe immer das Gefühl, abgesehen davon, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen sowieso immer weiter sinkt im Durchschnitt, dass aber, wenn ich jetzt mir aktiv sage, ich höre jetzt diesen Podcast hier an, meine Aufmerksamkeitsspanne halt höher ist, als wenn ich sage, guck mal, ich klicke auf ein 25-Minuten-Video und nach 20 Minuten denke ich mir so, hm, naja, ist nicht so meins und klicke halt weg. Und hier hast du halt so, du entscheidest dich ja aktiv dazu, dieses Ding hier anzuklotzen komplett, ne? Ja, und wahrscheinlich habt ihr es am Titel, beziehungsweise vielleicht auch im Thumbnail schon herausgefunden. Es geht in diesem Video mal um Real-Life-Verfilmungen oder Serien, die so in den letzten Jahren, sage ich mal, erschienen sind, beziehungsweise erscheinen werden, denn ich habe anlässlich meines Couch-Comments, Q&A-Videos die Frage bekommen, habe ich auch mit reingenommen, beziehungsweise ansatzweise, und zwar, was ich denn von dem One-Piece-Trailer so halte. Denn One-Piece bekommt eine Netflix-Real-Life-Verfilmung, Verserien, nun, nun, ja, also kommt ins Live-Action. So, und da war halt die Frage, wie ich den Trailer gefunden habe, beziehungsweise halt, was ich davon halte. Und ich meine mal, ich bin mir gerade tatsächlich nicht sicher, aber ich meine mal, ich wäre so ein wenig drauf eingegangen. Ich suche mal ganz kurz, genau, äh, ja, das, genau, das war ja, ja, One-Piece-Trailer. Äh, ich bin, glaube ich, rein optisch und von den Stimmen her, ne, also, alles fein. Aber ich habe auch gesagt, dass ich ein Problem mehr oder weniger habe, das heißt nicht habe, sondern es momentan so ein Ding gibt, äh, in der Film- und Serienwelt, was mir so ein bisschen sauer aufstößt, finde ich. Und zwar sind es halt diese Real-Life-Verfilmungen, Live-Action-Verfilmungen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr viele bekommen. Wir haben einmal Ariel bekommen und das war ein Riesenthema, ein Riesenaufschrei im Internet. Nicht nur, weil Harry Berry, Hailey Berry, meine Fresse, die Ariel verkörpert, nicht nur deswegen. Ähm, wir bekommen jetzt den One-Piece-Trailer. Wir haben, äh, weitere, mehrere Trailer oder mehrere Projekte angekündigt bekommen, die eine Real-Life-Verfilmung oder eine Serie bekommen. Und ja, darunter zählt natürlich auch Five Nights at Freddy's, was ich absolut in den Himmel lobe. Ähm, aber darauf gehe ich auch gleich noch ein, das hat mehr oder weniger noch einen leicht anderen Grund. Aber an und für sich ist es mit dem Live-Action-Geschisse, sage ich mal, immer so ein Ding. Und das jetzt nicht nur seit gestern, sondern halt auch wirklich schon die längere Zeit. Avatar soll ja auch jetzt eine Netflix-Serie bekommen, da muss ich sagen, habe ich gar nicht mal so wirklich Bock drauf. Ich finde die Schauspieler-Besetzung, ja, ganz okay, aber ich erwarte irgendwie nichts krasses davon. Ähm, wenn ich mir einfach so überlege, von was es Live-Action so normalerweise gibt. Und das ist halt meistens Zeichentrick-Sachen, die dann Live-Action kommen. Anime-Serien, Spiele, passiert ja auch sehr oft, ich sage mal als Beispiel Resident Evil. Und es gibt natürlich viele, viele gute Live-Action-Verfilmungen. Als Beispiel, für mich ein perfektes Beispiel ist, äh, König der Löwen, das Dschungelbuch und, äh, diese ganzen Sachen. Aber wenn es dann an so Sachen wie, was weiß ich, Aladin gab eine Live-Action-Verfilmung. Äh, was gab es noch alles? Wenn wir bei Avatar sind, also bei, äh, Avatar der Elemente, der Live-Action-Film damals war halt, heilige Scheiße, der war halt komplett für den Arsch. Pinocchio hat eine Live-Action-Verfilmung bekommen. Ähm, es gibt so viel Sonic, auch, obwohl man da sagen muss, es ist weniger Live-Action als, ähm, ich weiß, ich würde es irgendwie nicht in Live-Action einkategorisieren. Aber es gibt von super vielen Filmen mittlerweile, oder super vielen Animationsfilmen, Serien, Spielen, ähm, mittlerweile Live-Action-Verfilmung. Was ja an und für sich, wie gesagt, gar nicht mal so verkehrt ist. Nur, für mich kommt es da an den Punkt, den, den wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute auch kritisieren. Und zwar ist es die Tatsache, ein Zeichentrick, beziehungsweise, äh, Animationsfilm, Spiel oder so in Live-Action umzusetzen, hat in 99,9% der Fällen immer Einbuße in Hinsicht auf Qualität und vor allem auch in der Hinsicht auf die Story. Weil es manche Dinge gibt, die man einfach nicht vernünftig adaptieren kann. So, als Beispiel, oder als positives Beispiel, na, wohl nicht mal positives Beispiel, The Last of Us, die Serie. Das Spiel super geil, die Serie auch super geil, aber man muss halt auch sagen, ja, es hat halt hier und da auch so seine Tücken gehabt, beziehungsweise halt, ähm, es gab manche Sachen, die konnten halt einfach nicht so super umgesetzt werden, wie halt im Spiel. Und das ist ja auch logisch, weil, ne, animierte Sachen sind halt, das habe ich bei, äh, meiner Meinung zu Spider-Man, äh, Across the Spider-Verse geguckt, äh, geguckt, gesagt, äh, dass alles, was animiert, also wenn man Action haben will und die animiert, hat man halt einfach mehr Möglichkeiten. Wesentlich mehr Möglichkeiten, wesentlich mehr Möglichkeiten, stärkere Sachen zu animieren, krassere Szenen zu machen, mehr Action einzubauen. Ja, natürlich, es muss auch jedermanns Sache sein. Also, es ist natürlich absolute Geschmackssache, keine Frage. Aber so über den Daumen gepeilt, bin ich der Meinung, dass Animationsfilme, beziehungsweise die Adaptionen, die, äh, Live-Action-Adaptionen halt immer beschissen sind. Mir fällt gerade noch was ein, Uncharted, war ja auch jetzt nicht so der Bringer. Ähm, und ja, das ist, also, ich finde es halt wirklich schwierig. Es kommt tatsächlich, wie gesagt, immer drauf an. Natürlich muss man sagen, irgendwo sind auch, äh, Marvel, Iron Man, bla, 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 alles Live-Action-Verfilmungen von Animationsserien oder, oder, oder. Aber das ist halt nochmal was anderes. Das Marvel, was wir jetzt kennen, basiert zwar auf Comics, Animationsserien und, äh, ne, sowas in die Richtung. Aber das war ja jetzt einfach keine so krasse Vorlage wie zum Beispiel halt die ganzen Disney-Filme momentan, ne. Ob es jetzt, wie gesagt, Aladdin oder Ariel ist oder auch die Schöne und das Biest. Wo man sagen muss, klar, Schöne und das Biest ist tatsächlich jetzt verhältnismäßig gut angekommen. Aber so, alles in allem, grob über den Daumen gepeilt, sind die meisten Live-Action-Verfilmungen eher schlecht. Und das, wie gesagt, bin ich der Meinung, ist auch vollkommen logisch. Ich meine, wir müssen nicht über den Live-Action-Dragon-Ball-Film gucken, äh, reden, den, den es da mal gab. Aber, denke ich, für alle, die die Dragon-Ball-Fans sind und diesen Film gesehen haben, ja, ist halt, ne, ist halt nicht so geil. Aber tatsächlich, unabhängig von der Qualität, habe ich persönlich auch noch ein kleines anderes Problem mit diesen ganzen Live-Action-Verfilmungen. Und zwar bin ich der Meinung, dass es keinen fauleren Weg gibt, als Geld zu verdienen. Und das sage ich jetzt auch in Bezug zum Beispiel auf Five Nights at Freddy's. Wobei man hier halt sagen muss, die Zeit, die man da auf ein Live-Action-Debüt, sag ich mal, gewartet hat oder auf einen Film. Und ich glaube, da hätten sich auch alle Fans über einen Nicht-Film gefreut oder hätten gesagt, ja, das passt, das ist okay. Aber das ist halt, also Live-Action ist halt eine 1-zu-1-Adaption mit halt Real-Life-Sachen, ne? So, wenn ich jetzt überlege, wir haben Ariel, ein Kassenschlager damals, natürlich, keine Frage, König der Löwen sowieso, immer noch. Der Originalfilm wird wahrscheinlich immer noch gekauft, wie Sand am Meer. So, wir nehmen diese Klassiker, ja, und packen halt echte Menschen, augenscheinlich echte Menschen, echte Tiere da rein und hoffen, denselben Erfolg zu haben. Was ja auch funktioniert halt, weil halt viele Leute gesagt haben, oh mein Gott, König der Löwen habe ich schon damals als Kind gefeiert. Dann gucke ich mir jetzt die Real-Life-Verfilmung davon an. Macht ja auch irgendwo nur Sinn, dass man so denkt. Keine Frage, ist ja, wie gesagt, mit Dschungelbuch oder sowas nicht anders. Vor allem, weil halt auch da sehr viel die Erwachsenen nochmal mit reingezogen werden. Nicht nur die Kinder. Es ist zwar family-friendly, bedeutet wirklich auch für Kinder gemacht. Aber halt die Erwachsenen haben halt einen größeren Bezug hier und da zu manchen Sachen, ne? Und das ist halt super lazy von den halt Filmstudios, weil ich denke mir so, okay, macht doch halt eine neue Geschichte. Macht doch, denkt euch doch irgendwas aus. Die Kreativität hat keine Grenzen, sagt man so schön. Nimmt doch was, was noch nicht da ist. Und wenn es sich an vielen Sachen halt ein Beispiel nimmt von mir aus, aber dann macht trotzdem was Eigenes. Also da zum Beispiel ist im Prinzip die Resident-Evil-Filmreihe ein perfektes Beispiel. Die Resident-Evil-Filmreihe hat zu 90% nichts mit den Spiels zu tun, außer die Charakternamen. Hier und da eine Erwähnung. Äh, eventuell, äh, ja, Umbrella ist schon so ein Ding. Halt, Umbrella ist das Einzige, die einzige Konstante. Aber rein optisch oder von der Story ist das halt wirklich ganz weit weg gewesen. Klar, das hat viele Leute absolut nicht gefreut, verständlicherweise. Aber auf der anderen Seite kann man sagen, okay, man hat ein Franchise genommen und hat gesagt, wir machen da was Eigenes raus. Anstatt halt wirklich die Story von irgendwas zu copy-pasten. So, ich bin zum Beispiel ganz ehrlich, ich nehme jetzt einfach mal König der Löwen als Paradebeispiel. Ich finde die Real-Life-Verfilmung super schön, super schön. Ich liebe König der Löwen, das hat mir super gefallen. Ähm, aber ich bin jetzt ganz ehrlich, ich hätte es nicht gebraucht. Und wenn jetzt jemand hergegangen wäre und hätte gesagt, komm, wir haben jetzt das Budget für richtig eine krasse Tier-Real-Life-Animation, weil es ist ja natürlich keine echt, aber halt schon echt dargestellt. Und die sagen so, ja komm, wir machen unsere eigene Story. Wir erzählen eine Geschichte von einem Löwen oder von Tieren und sagen aber nicht König der Löwen dazu. Ja, dann hätte ich auch gesagt, geil, kann man sich angucken. Warum nicht? Zu Hause Disney steht trotzdem oben drauf, so nach dem Motto. Dann sagt man sich, na gut, das ist ja ganz schön, das kann man ja weiterhin trotzdem sich angucken. Aber halt wirklich so eins zu eins die Story von manchen Sachen zu nehmen, ist halt dann wirklich, ja, ein bisschen, ne, weiß ich nicht. Bisschen, äh, leicht. Könnt ihr gerne mal eure Meinung zuschreiben, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite finde ich natürlich, die Live-Action-Verfilmungen auch haben irgendwo ihre Daseinsberechtigung, weil es halt einfach auch cool ist, manche Schauspieler, vielleicht auch Schauspieler, von denen man ein persönlich großer Fan ist, in einer Rolle zu sehen, die man halt vielleicht als Kind aus halt, äh, ne, Animationsfilmen und Serien kannte. Ob es halt jetzt eine Harry Berry als Arielle ist, ob es halt eine Emma Watson bei Die Schöne und das Biest ist, das sind halt so Sachen, wo man sagen kann, okay, ist, ist fein, kann man so machen. Oder auch Will Smith als Genie in, äh, Aladdin, ja, aber nichtsdestotrotz waren die Filme halt nicht super krass. Das ist das Ding, die waren halt alle so mit, ne, die waren mit und keiner der Filme hat jetzt so das, ich glaube, das erbracht, was die, äh, was Disney sich in den Filmen, also es ist ja, es ist, man muss jetzt einfach sagen, es ist in den meisten Filmen Disney, die sich jetzt halt ihre eigenen Serien, eigenen Filme adaptieren, was ich nicht verstehe, wie gesagt, ich verstehe es nicht, warum man da so, naja, egal, ich bin auch kein, äh, CEO von Disney, also von daher, ähm, ne, aber, so, dann hätte man es anders machen können, finde ich, als halt wirklich eine Real-Life-Adaption zu machen, hätte einfach sagen können, oh, weißt du was, wir machen eine Real-Life oder eine, wie führen die Serie weiter? Für mich als Beispiel Aladdin, nach den Filmen, die Filme habe ich persönlich nie gesehen, ich kenne nur die Serie, legit, ich kenne nur die Serie, das ist das, womit ich aufgewachsen bin und woran ich mich erinnern kann, ähm, und das ist halt dann alles immer so, ja, schwierig. Natürlich muss man jetzt auch differenzieren, ne, zwischen halt, ne, äh, Live-Action-Adaption von wirklich jetzt, also Disney macht eine Live-Action-Adaption von ihren eigenen Sachen, oder ist es zum Beispiel eine Live-Action-Adaption von einem Comic? Ist es von, von irgendeinem Buch oder sowas in der Richtung? Ähm, das sind halt auch nochmal, da muss man ein bisschen differenzieren, ich, äh, kann ein Beispiel überlegen. Es ist tatsächlich schwer, ein Beispiel daran zu überlegen, aber für mich sind zum Beispiel Anime-Adaptionen. Natürlich, wir alle fänden es super geil, einen Attack on Titan-Live-Action-Film zu finden, aber sind wir mal ganz ehrlich, das wird niemals so gut rübergebracht wie in dem Anime. Mir ist jetzt ein Beispiel noch eingefallen, der Grinch. Der Grinch ist ja auch Live-Action, der Grinch stammt aber aus einem Comic, mehr oder weniger. Also aus einem Zeichentrick, halt animiert, ne. Genauso wie Transformers, ja, kann man jetzt auch sagen, Transformers ist auch genauso das Gleiche. Aber das ist halt wie bei Marvel, klar, das hat irgendwo seine Vorlage, aber es ist halt, ich weiß nicht, wie gesagt, ich denke, das größte Problem ist halt wirklich dieses einfache, komm, wir machen jetzt ganz simpel, verdienen wir Geld mit unserem eigenen Produkt und machen das halt jetzt einfach nur in Live-Action. Ich denke halt echt, dass Disney da mit so unter das größte Problem darstellt und durch Disney jetzt momentan halt auch sehr viele Leute, also andere Studios dazu animiert werden, hahaha, animiert werden, ihre, was heißt ich mal ihre, irgendeine Serie in einen Film auch in Live-Action zu bringen. Wie gesagt, Avatar, der Herr der Elemente, ich werde mir die Real-Life-Serie, ist es ein Film oder Serie, ich weiß es gerade sogar gar nicht, werde ich mir das safe nicht angucken. So, ne, da gucke ich mir lieber den, es ist kein Anime, das muss man hier leider sagen, es ist kein Anime, es ist ein Zeichentrick-Film, weil es aus den USA ist und nicht aus Japan. Ich würde trotzdem mal das Anime kennzeichnen, aber ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Ja, und ich werde mir diesen Film oder die Serie safe nicht angucken, weil es, wie gesagt, für mich ist dann das Original halt wesentlich effektiver und ich verstehe auch nicht, wo das Problem ist, zu sagen, okay, komm, ich gucke halt weiterhin das Animierte. Oder, oh mein Gott, mir fällt noch ein besseres Beispiel ein, Barbie. Das ist tatsächlich, finde ich, aber ein zweischneidiges Schwert, weil ich könnte mir vorstellen, dass da man halt von Barbie, natürlich gibt es die ganzen Barbie-Filme, Barbie in der Schwanesee, Barbie und, äh, als Rapunzel, Barbie und der Nussknacker, so, das sind ja alles Filme, aber ich denke halt, der Barbie-Film, den wir jetzt bekommen mit, äh, Margot Robbie, der ist halt was anderes, so, der fällt wahrscheinlich aus dem Raster raus, weil der halt schon irgendwo sein eigenes Ding macht und wie gesagt, da fängt es halt an, dass da ein großer Unterschied gezogen wird. Auch sowas wie Sonic war ja, äh, sehr, sehr, auf der einen Seite sehr, sehr verpönt, aber auf der anderen Seite sehr, sehr gefeiert. Wie gesagt, Sonic ist halt jetzt schwierig zu sagen, dass es eine, äh, Live-Action-Adaption ist, weil es halt irgendwie nicht hundertprozentig so ist. Aber wenn wir es jetzt einfach mal da reinzählen würden, dann könnte man natürlich auch sagen, ist zum einen schlecht gewesen, weil halt manche Sachen einfach wirklich lächerlich gewesen sind, aber halt zum, auf der anderen Seite super gut, weil, naja, es war keine schlechte Adaption irgendwo, ne? Ich denke tatsächlich, es wird bei den, äh, ganzen oder bei den meisten Live-Action-Verfilmungen das große Problem sein, wenn wir uns erstmal an der genauen Vorlage orientieren, finde ich, merkt man halt, wie, wie, wie wenig Liebe in das Projekt reinfließt, weil man es halt einfach nur copy-pastet. heißt nicht, dass es unbedingt schlecht sein muss, aber trotzdem ist es halt schon einfach ein bisschen lazy so, ne? Weil ich denke mir, in der heutigen Zeit kann man doch eigentlich auch seine eigenen Geschichten machen, und wenn man halt den Charakter nimmt, der vielleicht in dieser Serie irgendwie drin war, oder den ist da, äh, der existiert und nimmt diesen Charakter und gibt dem einfach eine Geschichte. Das ist aber halt ein bisschen mehr Arbeit, dementsprechend kostet das mehr Geld und dementsprechend, äh, wird das halt meistens unter den Teppich gekehrt. Gutes Beispiel, was gemacht wurde, ist die, äh, Serie Cruella, ne? Also da hat man halt von 101. Martina einen Charakter genommen, dem seine Geschichte neu erzählt oder halt, ne, spezieller erzählt. Das war zum Beispiel kein verkehrter Weg, aber halt in den meisten Fällen, wie gesagt, wenn das halt einmal, äh, ge-copy-pastet wird, ist schwierig, ist schwierig, weil man halt einfach da diese Passion von den Filmemachern halt hinter sieht und man weiß so, okay, das ist halt jetzt einfach schnell Geld gemacht, da ist sehr, sehr wenig Liebe reingeflossen. Natürlich muss man trotzdem sagen, klar, Respekt an die Schauspieler, die das umgesetzt bekommen, das ist ja gar keine Frage, aber es, wie gesagt, es sind halt so, ja, es ist kritisch, aber vor allem denke ich, ist auch wirklich ein großer Punkt überhaupt die momentane Filmsituation. Wir haben ja schon in Bezug auf Marvel darüber mal geredet. Wenn man sich jetzt anguckt, wie die Real-Life, äh, Adaptionen, also die Live-Action-Adaption von früheren Filmen halt war, ob es jetzt der Cringe ist, ob es jetzt Transformers ist, wenn wir es als Beispiel nehmen, ob es, äh, keine Ahnung, wie gesagt, ich glaube, ja, eine Dschungel-Boofer-Filmung war ja das erste wirklich neue, sage ich mal. Die waren ja alle wirklich noch auf einem guten, äh, qualitativen Stand, so wie halt damals auch die Filme, also egal welche Filme, aber das lässt ja mittlerweile alles nach. Und das Problem ist halt, dass, wenn die Filmemacher schon bei normalen Filmen, wo sie jetzt, sage ich mal, auch animieren könnten, oder CGI eher gesagt benutzen können, oder komplett sich, äh, ihre freie Meinung bilden können in dem Film, dann, äh, muss man halt sagen, dass, äh, das immer besser gelingt. So, wenn aber halt die Vorlage da ist und die sich halt keine Gedanken machen müssen, mit den schlechten Einstellungen der heutigen Filmbranche, würde ich es einfach mal nennen, weil halt, wirklich, also die Filmbranche heutzutage ist halt wirklich sehr, sehr schlecht und, ja, gehe ich gleich noch kurz drauf ein. Aber das, da geht es halt immer mehr in Richtung Negatives. Und auf der anderen Seite gibt es halt Sachen, wo sich viele Leute denken, okay, aber warum wird das nicht mal vernünftig verfilmt? Für mich als größtes Beispiel war immer Assassin's Creed. Assassin's Creed ist eine meiner Lieblings, oder ist meine Lieblingsspielereihe, oder doch, mit einer meiner Lieblingsspielereien. Und, äh, da habe ich mir gedacht, warum wird das nicht mal verfilmt vernünftig? Ich meine, da ist die Story doch auch schon gegeben. Nimmt ein paar echte Schauspieler und alles, was in Assassin's Creed passiert, meine Fresse, das kann man tatsächlich alles relativ unaufwendig irgendwie darstellen. Jetzt mal unabhängig von Kulisse vielleicht. So, dann kam der Assassin's Creed Film mit Michael Fassbender raus und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, boah, ich muss den unbedingt kaufen. Und ich den schon an der Netto-Kasse für, was weiß ich, ich glaube, 10 Euro gesehen habe, keine Ahnung, zwei Wochen nachdem er raus war, so nach dem Motto, also jetzt ein bisschen übertrieben. Und eine Arbeitskollegin kam zu mir und hat gesagt, ja, sie hat den, ich könnte mir ihn gerne mal ausladen und mir mal angucken. Ich habe ihn mir ausgeliehen, ich habe ihn mir angeguckt und ich war dermaßen enttäuscht. Und das nicht mal unbedingt von der, ähm, Assassinen-Welt, also der Welt im Animus, sondern halt von so einem kleinen Punkt und das ist zum Beispiel der Animus. Ich meine, meine Fresse, ihr habt es doch so leicht gehabt. Der Animus war ein Ding, da legt man sich rein und man träumt mehr oder weniger. Nein, wir bauen eine Maschine, wo der drinnen aufgehangen wird, damit er die Bewegungen auch durchführt in echt. Wo ich mir so denke, what the fuck, wie unnötig ist denn das gewesen? So, und ich bin nach wie vor der Meinung, wir könnten ein perfekt, oder wir könnten eine supergeile, äh, Verfilmungs-, also eine Triologie von der Ezio-Triologie bekommen. Und das wäre super simpel. Wie gesagt, abgesehen davon, dass man jetzt die Geschichte von Desmond Miles, ne, also für alle, die es nicht wissen, halt dem Charakter, der halt in diese Erinnerungen schlüpft, äh, wenn man ihn jetzt mal ein bisschen außen vor lässt und sagt, okay, das ist ein wichtiger Charakter, der erzählt mir ein bisschen was, aber halt nicht viel. Ja, man baut halt so, ne, diese, dieses Setting auf und lässt halt die Leute, ich meine, wie viel, also, ich bin ganz ehrlich, 2012 gab's schon First-Person-Free-Runner-Videos durch Amerika, Los Angeles, was weiß ich, und die hüpfen da halt auch über Dächer. So, ganz ehrlich, das ist, bei Assassin's Creed wäre das keine Frage. Das kriegt man easy gebacken. Eigentlich. Sollte man meinen. Gleiches Szenario mit Far Cry. Warum wurde von Far Cry noch keine Verfilmung gemacht? Na gut, man muss sagen, ne, die Far Cry-Teile lassen oder haben alles sehr, sehr stark nachgelassen. Keine Frage. Äh, äh, aber von so vereinzelten Folgen, zum Beispiel finde ich von Far Cry, äh, 3 und von Far Cry 5, das ist, das ist die reifeste Vorlage für Filmmaterial. Das noch ein bisschen aufgehübscht und fertig ist und ich bin sowieso der Meinung, es gibt zu wenig First-Person-Filme. Und da könnte ich jetzt mit der Meinung ziemlich allein sein. Ich meine, als Beispiel, gebe ich jetzt mal den Film Hardcore Henry. Den kennen vielleicht die ein oder anderen vielleicht auch nicht. Kurz beschrieben, es ist ein First-Person-Film. Nein, es ist ein First-Person-Action-Film. Die Story will ich jetzt hier nicht unbedingt breittreten. Ist halt, der ganze Film ist aus der Perspektive von halt dem einen Dude. Und, äh, abgesehen davon, dass dieser Film, ich meine mal, relativ low-Budget entstanden ist, ist der Film gut. Natürlich ist der nicht in 4K, so, das ist klar, weil man halt irgendwie bei First-Person, vor allem, wenn das wirklich unabhängiges First-Person ist, also heißt, ich möchte, dass der Charakter sich die ganze Zeit bewegen kann und egal, wo er hinguckt, die Kamera guckt auch dahin, bist du halt ein bisschen eingeschränkt. Vor allem in Kampfsszenen oder halt Verfolgungsjagden. Aber am Ende des Tages war das ein super starker Film. Gut, es wird manchen Menschen halt übel aufstoßen, die halt dieses First-Person nicht können, verständlicherweise. Die Kamerabewegung ist immer sehr, sehr wackelig, sehr hakelig, aber am Ende des Tages ist das ein super krasser Film gewesen und ich meine, jetzt auch mal als ganz simpel, stumpf dummes Beispiel, die COD-Multiplayer, äh, Kampagnen-Mission, sag ich mal. Da könnte man einen krassen Film draus drehen. Jetzt mal ganz ehrlich, das wird jeder fühlen, ob jetzt Black Ops oder Modern Warfare, aber wenn wir die, die Kampagne von Black Ops und Modern Warfare nehmen und daraus einen Film machen, Digga, das wäre krank, das wäre Hammer und wenn das gut gemacht wäre und selbst da könnte man sagen, es ist unabhängig, ob First-Person oder halt stinknormaler Film. Aber das wäre unfassbar geil und das sind so die Momente, wo ich mir immer denke, warum setzt sich daran keiner? Gut, das wird halt alles gewiss irgendwo was mit, äh, die Rechten für irgendwelche Filme zu tun haben, wer, wer darf das machen, darf man das machen, wie viel Geld kostet das und, und, und. Aber das sind so die Sachen, wo ich mir denke, warum nicht? Es wäre doch super krass möglich, also, das einfach zu machen und da ist ja auch die, äh, Story sehr gut, äh, vorgelegt, beziehungsweise halt perfekt vorgelegt. Da muss man halt einfach nur sagen, komm, man castet halt ein paar Schauspieler, was auch nicht das Problem ist, weil heutzutage halt sowieso jeder, äh, Charakter mehr oder weniger, also, jedes, jeder Schauspieler ja diese Rolle mindestens synchronisiert und den kannst du halt genau auch eins zu eins in diese Rolle stopfen. Und das ist die Frage, wo ich jedes Mal denke, warum wird sich da nicht mal dran gesetzt? Warum müssen wir, ist jetzt natürlich an der Stelle absolut eine persönliche Meinung, ne, also, das ist absolut, das kann man komplett anders sehen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber warum muss halt ganz Disney jetzt, äh, live actiont werden? Warum nicht mal interessante Sachen? Und das halt dann gut, weil, man muss ja sagen, rein filmisch sind die meisten ja gar nicht mal so scheiße, aber ja, das ist halt die Frage, die sich mir so stellt. Das ist tatsächlich die Frage, die sich mir so stellt, wie gesagt, vor allem jetzt sowas wie Assassin's Creed, es gibt eine perfekte Vorlage und sie haben damals reingeschissen. Komplett. Und es hat sich seitdem aber auch keiner mehr da dran getraut und da frage ich mich, why not? I mean, äh, ja, es gibt halt, keine Ahnung, es gibt halt YouTuber, die machen das halt in einem Kurzfilm 10.000 Mal besser. Ja, das Thema, muss ich sagen, ist, finde ich wirklich, boah, keine Ahnung, es ist ziemlich schwierig für mich, weil, auf der einen Seite mag ich die Live-Action-Verfilmungen oder auch Serien, auf der anderen Seite finde ich es aber halt auch, wie gesagt, man muss wissen, was man nehmen kann. Nur als Beispiel, Lilo und Stitch, ich bleibe jetzt mal bei dem Disney-Beispiel, Lilo und Stitch, voll geil, supergeile Story, aber bitte, bitte lass das niemals, 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 eine Real-Life-Verfilmung werden. Entweder entscheidet man sich dazu, Stitch aussehen zu lassen wie Sonic und das wollen wir wahrscheinlich nicht oder, ich weiß nicht, das sind so Sachen, die, boah, nee, muss man nicht haben oder er sieht am Ende so aus wie hier, wie heißt der Fisch nochmal von Ariel? Findus, ne? Nee, wie heißt der nochmal? Finn? Keine Ahnung, dieser Fisch und er sieht ja im Comic einfach oder in der Serie super cool aus und im Real-Life sah der halt aus wie ein Fisch. So, ist ja nicht verwerflich auf der einen Seite, aber es gibt halt so manche Sachen, die sollte man Real-Life adaptieren und es gibt manche Sachen, die sollte man einfach nicht Real-Life adaptieren. Zumindest ist das halt meine Meinung dazu und vor allem, wenn wir uns jetzt umgucken auf der anderen Seite, man nimmt jetzt die letzten großen Filme der letzten ein, zwei Jahre und da kann man tatsächlich einfach schon fast anhand der Zahlen sagen, dass die Tendenz immer weiter weg von Real-Life, also Live-Action-Filmen geht und immer mehr Richtung, ob es jetzt Animation oder komplett CGI-Film, ob es jetzt sowas ist wie Spider-Man Across the Spider-Verse oder allgemein die ganzen Disney-Filme, die halt als animierte Filme beziehungsweise halt gezeichnete Filme rauskommen. Der Trend geht immer mehr in die Richtung und deswegen verstehe ich nach wie vor nicht, warum man alles halt so ja, adaptieren muss. Wie gesagt, und halt manche Sachen nicht, da bin ich immer so ein bisschen weiß nicht, sauer. Ich meine, nehmen wir jetzt einfach mal wieder Five Nights als Freddy's als Beispiel. Natürlich kann das ein kompletter Reihenfall werden. Der Film könnte ein kompletter Reihenfall werden, die Fans sind absolut abgefuckt, weil es nicht das ist, was man sich erhofft hat, weil es vielleicht nicht so hundertprozentig wiedergegeben, also wiedergeben, gegeben wird, meine Fresse, wie im Spiel. Aber am Ende des Tages kann man hier jetzt noch sagen, der Film wird aber zu 80 Prozent auf, oder soll man, zu 50 Prozent auf Visual Effects scheißen, da die Animatronics halt sogar echt sind. Das wird man nachher im Film sehen, das wird man nachher im Film wertschätzen und das ist halt was anderes, als wenn du jetzt in einem Live-Action-Sonic-Film halt einen CGI-Sonic hast. Das nimmt halt irgendwie irgendwo auch, ja zum einen die Spannung, aber halt auch zum anderen irgendwie den Flair raus. Also ich weiß nicht, entweder oder, aber wie ganz am Anfang schon erwähnt, ich glaube sowieso, dass das größte Problem sein wird oder das größte Problem ist, ist, dass zum einen halt einfach Ideen wirklich gecopy-pasted werden, das ist das eine und es sich halt dann ganz wenig Mühe nur noch gemacht wird und gesagt wird, ja guck mal, es hat doch sowieso so funktioniert, dann wird es in einer Live-Action-Verfilmung auch funktionieren und halt auch einfach, dass ich glaube halt einfach die Leute haben ganz wenig Ideen, so man könnte schon fast sagen, es gab schon alles als Film und immer wenn was Neues als Film rauskommt, also so von wegen ja hier, oh mein Gott, was könnte ich jetzt als Beispiel nehmen, was jetzt so noch, was es noch nie gab, da fängt es halt schon an, so, ja das ist halt so die Frage, such, denk dir mal ein Filmkonzept aus, was es noch nicht gab, so, das ist halt schwierig und deswegen ist es auch absolut verständlich, wenn man sich halt irgendwo Inspirationen holt oder sagt, okay, wir machen Schema F und machen halt einfach nur unsere eigene Geschichte drumrum, aber ja, man merkt halt einfach wirklich, dass die Filmindustrie wirklich nachlässt, in jeglicher Hinsicht, in kompletter Hinsicht, natürlich gibt es halt so einige Perlen, die halt weiterhin bestehen werden und das ist zum Beispiel einmal das Horror-Genre, weil da ist auch, selbst wenn da der 17. Scream-Film rauskommt und der 500. Halloween-Film und vielleicht noch 20 weitere, Freitag der 13. Filme, das wird wahrscheinlich immer gut ankommen, weil man da halt aber auch weiß, okay, ich lasse mich jetzt das 17. Mal auf halt einen Scream-Film ein, so und klar, normalerweise müsste man jetzt sagen, ja gut, das weiß man aber ja bei den Real-Life oder Live-Action-Verfilmungen von jetzt zum Beispiel Ariel auch, ja, nö, würde ich jetzt mal behaupten, ich, ich persönlich erwarte halt schon, dass da irgendwo eine Note an, also eine Eigennote drin ist, aber natürlich ist man enttäuscht, wenn es halt dann nicht an manchen Ecken, so, so, als Beispiel, die Leute sind absolut angepisst, dass hier der eine Fisch nicht aussieht wie im, äh, der Serie oder in den, äh, was ist in der Serie, was laber ich, in dem Zeichentrick-Film und auch die Krabbe, wie heißt der nochmal, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, King Louis, keine Ahnung, da sind die Leute angepisst, dass die nicht so aussehen wie halt im Zeichentrick, in der Zeichentrick-Version, auf der anderen Seite, wenn die so aussehen würden, wird halt auch jeder wieder rummeckern und sagen, äh, aber, guck mal, das ist ja dann doch kein Live-Action und das verstehe ich vollkommen, dass man da sagt, man kann es eh nicht jedem recht machen, am Ende des Tages kann man es nicht jedem recht machen und selbst wenn ich jetzt einen Film raushauen würde, der von, der, der, der absolut genial wäre, super Qualität, super Story, einfach alles perfekt, alles neu, alles fresh, es wird halt Leute geben, die sagen würden, mh, ja, aber, aber da, nee, das macht ja gar keinen Sinn, ja, das ist halt das Problem, aber selbst auch im Horror-Genre fällt mir gerade auf, ich meine, Halloween ist jetzt das beste Beispiel, da haben sie einfach das 17. Mal die Serie gerebootet, also absolut über, ne, ihr versteht schon, aber die haben das einfach 500. Mal gerebootet und gesagt, komm, wir machen, äh, das gleiche nur, also so, es ist halt die Cantina-Band aus, äh, Dings, Family Guy, was, Family Guy? Bin ich gerade lost? Ja, ich glaube schon, oder? Ich meine ja, ja halt, ne, äh, ne, wir sind die Cantina-Band, wir sind den ganzen Abend hier, blablabla zu spielen, äh, wenn ihr welche Wünsche habt, dann sagt sie gerne, das Spiel dasselbe Lied nochmal, okay, dasselbe Lied nochmal, und, es ist halt, in vielerlei Hinsicht, bei viel, Matrix auch, es sind halt viele Filme, die einfach das nehmen, was sie bekannt gemacht hat, und wir geben es halt auf einen neuen Film. Wobei man bei Matrix sagen muss, der, also, Matrix Resurrection, hieß der ja, meine ich, Resurrection, da muss man ja sagen, die haben sich ja selber damit auf die Schippe genommen, so, die haben ja selber gesagt, ja, wir machen einfach das gleiche, nur halt, äh, in krasser und, äh, heftiger und, äh, übler. Und das haben sie am Ende auch gemacht, und, für die einen war es ganz okay, für die anderen war es, naja, eher, nicht so geil, aber ja, es ist, ne, verständlich, man nimmt ja irgendwo die Formel, ne, die Formel Loni, um sagt, man, man will ja irgendwo an das Ziel kommen. Aber wie gesagt, für mich ist halt die Qualität halt, die da einfach nachlässt. So, wenn ich mir jetzt einen Ninja Turtles Film angucke, der war super gut, der Real Life, also die, die Live Action Verfilmung, die war super gut, da war halt noch irgendwie ein bisschen so, dass, dass, das Gelbe vom Ei drin, irgendwie, aber dann sieht man halt so andere Live Action Adaptionen, die halt komplett für den Ass sind. So, und das ist halt so dieses, dieser Spalt dazwischen, dieser, dieser Qualitätsspalt. Live Action Verfilmungen sind halt einfach super kritisch, weil sie wirklich, und das ist halt, wie gesagt, bei Filmen sowieso sehr schwer, noch bei Serien, aber es muss schon fast perfekt sein. Und da ist halt schon ein schlechtes oder unpassend gecasteter, gecasteter Schauspieler, für manche Leute einen Grund zu sagen, nö, gucke ich nicht. Wo wir wieder beim Thema Ariel wären. Ich verstehe absolut, dass da Leute sagen, nee, ich kann nicht verstehen, warum Ariel von Halle Berry gespielt wird. Ich kann die Leute hundertprozentig verstehen, und ich verstehe auch die Leute, die sagen, Tinkerbell, äh, von einer, von einer dunkelhäutigen Frau gespielt wird, die das nicht wollen. Das kann ich absolut verstehen, weil es halt einen Charakter genommen wird, den man kennt, in einem gewissen, äh, also, ne, man nimmt einen Charakter, der halt auf eine gewisse Art und Weise in der Originalversion dargestellt wurde, und nimmt ihn halt komplett raus. Jetzt kommen halt die ganzen Leute, die dann, äh, sagen, ja, dass zum Beispiel in den Asterix und Oruplix Filmen vielleicht Kleopatra nicht richtig gecastet wurde, oder der, äh, Charakter in einem, äh, was weiß ich, ägyptischen, römischen Film nicht, äh, der, der, der Geschichte nach gecastet wurde. Aber ich gehe jetzt nicht auf die geschichtlichen Seiten ein, ich will nichts geschichtlich Echtes haben, sondern ich gehe jetzt davon aus, dass ich einen, nehmen wir mal kurz Naruto als Beispiel, einen Naruto Anime habe. Und wenn in dem, in der Filmadaption, in der, äh, Live-Action-Adaption Naruto nicht mit hochgesteckter, äh, komplett gelber Frisur da rumläuft, und seinen Katzenschnurhaaren, sag ich mal, im Gesicht, dann ist das halt scheiße. Dann ist die Adaption einfach verschissen. Klar, jetzt kann man sich auch noch beschweren und sagen, aber guck mal, Batman hat 25.000 Varianten. Ja, aber, am Ende des Tages ist Batman zum einen einfach eine, eine Figur, die keine wirkliche Vorlage hat, in Anführungsstrichen, und wenn doch auf 500.000 verschiedene optische Designs hatte. So, und sorry, dass ich das jetzt so sagen muss, für die Leute, die es halt jetzt bis zum Ende, bis ins Grab verteidigen werden, Ariel ist in keine Ausführung, dieses, äh, Genre, dieses Franchises, dunkelhäutig. In keinster davon. Und das ist halt der Punkt, wo ich dann sage, okay, verstehe ich, dass man sich darüber aufregt, und ich verstehe dann nicht Leute, die sagen, ja, aber Cleopatra ist in dem Film auch scheiße rübergebracht. Ich verstehe es schon, aber ich verstehe es auch nicht, dass man sich daran aufhängt. Dann, also, dass man das, dass man das verglebt, und leicht verstehe ich halt dann irgendwo nicht. Ich meine, am Ende des Tages wird jeder verstehen, wenn man sich über Resident Evil die Verfilmungen aufregt, warum man sich darüber aufregt, weil Mila Jokovic halt nicht in, äh, den Spielen, in Ansatz, irgendeinen Charakter gab, der so, äh, aussieht, so dargestellt wurde. Und wenn wir dann jetzt gucken, wie eine Ada Wong in Resident Evil oder einen, äh, eine Jill Valentine oder einen, ähm, äh, wie heißt der hier, äh, äh, Mann, ne, der eine Typ da, ach, ihr wisst, was ich meine, die Leute überhaupt, wenn die, die sind halt auch scheißgecastet worden, da hat sich auch jeder darüber beschwert, und das, da lag es halt jetzt nicht an, äh, irgendwas Schlimmes, sondern einfach, okay, der Typ sieht nicht so aus und google drei Minuten und du findest einen Schauspieler, der dem Typen wesentlich besser hätte, äh, Leon S. Kennedy, der dem Typen wesentlich gerechter geworden wäre. so, ganz, äh, ganz simpel, deswegen sind halt, äh, Live-Action-Adaptionen super, super schwer, weil man einfach sagen muss, wenn es hundertprozentig, also wenn es nicht hundertprozentig passt, dann passt es nicht und dann werden sich die Leute darüber aufregen und das verstehe ich komplett. Das verstehe ich einfach komplett. Wenn ich was adaptiere, dann soll es gut gemacht sein. Siehe als Beispiel, ähm, The Last of Us ist genau das gleiche. Die Schauspielerin, also Bella Ramsey, die Schauspielerin von Ellie, da ist ein Shitstorm entstanden, der, Alter, der war halt nicht mehr feierbar und ich verstehe es. Die Schauspielerin, es gibt welche, die hätten die Rolle besser übernehmen können und die hätten besser da reingepasst, aber am Ende des Tages war es nicht so. Sie hat trotzdem eine gute schauspielerische Leistung erbracht und die Leute, die dann gesagt haben, okay, sieht zwar optisch nicht so aus wie die Ellie aus dem Spiel, aber so von der Leistung schauspielerisch her super toll, waren dann auch damit zufrieden. Das ist halt dieser extrem schmale Grat. Also es ist halt, wie gesagt, also unabhängig davon, dass man es nicht jedem recht machen kann, äh, das wie gesagt außen vor, aber man muss sich halt dessen bewusst sein, wenn man jetzt ein Spiel, eine Serie oder einen Film, äh, 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 Live-Action adaptiert, dass das halt auch, das muss ins Schwarz treffen. Das muss einfach volle Kahn ins Schwarz treffen. Da gibt es quasi keinen, ja, ist ganz okay, da gibt es nur einen, ist super gut oder ist halt echt nicht gut. Und da wir momentan, wie gesagt, filmisch sowieso schon auf dem Level sind, dass momentan alle Filme eher in die Richtung schlecht gehen, ist es halt noch umso schlechter, dass die, äh, Live-Action-Adaptionen halt dementsprechend doppelt kacki sind. Ist halt auch, wie gesagt, ein sehr schwieriges Thema, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt die Barbie, äh, den Barbie-Film hier anglotze und denke ich mir, ja, Margot Robbie passt in die Rolle perfekt. Also, das will ich dir nicht abstreiten. Wobei da tatsächlich, finde ich, die schauspielerische Leistung, äh, sehr viel ausmachen wird, weil optisch passt's, ja, perfekt. Aber, äh, so was man im Trailer sieht, ist es halt nicht so diese Attitude, die man von Barbie kennt, dieses Hihihi, sondern da wird halt wieder ne, ne, äh, Barbie als, ja, obwohl man muss ja sagen, in den meisten Höhen ist Barbie auch abenteuerlustig. Aber halt, ich bin gespannt, wie sie es darstellen, werden, tun und, ja, das wird auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, da wäre dann die Frage, wie gesagt, passt es optisch und dann auch vor allem, ähm, charakterlich in diesen Film rein. Das sind so dann die Fragen, die man sich stellen muss. Aber um nochmal kurz auf das, den, den Punkt zurückzukommen, warum manche, äh, Filme, Serien oder Spiele schlecht oder gar nicht adaptiert werden, wie gesagt, das verstehe ich bis jetzt noch nicht. Es gibt, wie gesagt, man, man muss sich ja bei vielen Sachen keine Vorlagen mehr ausdenken, weil man sie einfach perfekt hat. Aber die Frage ist, warum traut man sich nicht mal an irgendwelche krassen Sachen, wo halt jeder schon sagt, okay, da muss was krasses sein. Und, wie gesagt, ich nehme jetzt mal als Beispiel wieder Assassin's Creed. Der Assassin's Creed Film war halt echt scheiße. Der war super scheiße. Warum? Und das ist so super simpel. Wenn ich jetzt die, die Möglichkeiten hätte, dann würde ich sagen, ich kriege den Film safe besser hin. Aber das ist gut, das würde auch wahrscheinlich jeder sagen. Das sagt, jeder Film-Fan von sich wahrscheinlich, ja, das hätte ich besser hinbekommen. Aber ich bin mir sicher, dass ich das besser hinbekommen hätte. Also, ich weiß nicht, was bei Assassin's Creed jetzt so das Problem ist, da die Story zu nehmen, die Leute zu casten und zu sagen, komm, mach mal die Story und ein bisschen Parcours hier, ein bisschen Parcours da. Fertig ist. In dem Assassin's Creed Film hatte ich ja gefühlt, war es ja 99 Prozent der Bezug außerhalb des Animus und Animus-Action war ja so nebensächlich. Ja, das ist wirklich schwierig. Wie gesagt, klar, nochmal, um es jetzt nochmal das dritte Mal zu sagen, man kann es eh nicht jedem recht machen, das ist Fakt. Aber ich würde tatsächlich einfach sagen, abschließend, es ist momentan eine zu starke Welle an Live-Action-Verfilmungen. Die können natürlich alle gut werden, alle, die geplant sind, sowohl Avatar als auch One Piece, aber es ist einfach viel zu überladen und es kommt ja auch immer mehr Druck. Je mehr Leute eine Live-Action-Verfilmung machen, desto mehr sagen, oh mein Gott, jetzt müssen wir auch eine machen, oh mein Gott, wir müssen uns ranhalten, zack, 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 hopp, hopp, hopp und dementsprechend leitet da halt die Qualität runter und wie ich es jetzt schon zum 500. Mal gesagt habe, Qualität ist bei einer Live-Action-Adaption wirklich höchste Priorität. Qualität in der Optik, Qualität in der Synchronisation ist auch super wichtig. Ich denke mir, wenn man manche Filme nimmt oder manche Serien und hat dann nicht die Originalstimmen aus den Originalfilmen oder Serien oder Spielen, wird das schon sehr viel ja, charakteristisch rausnehmen, finde ich. So. Und halt Qualität an der Geschichte. Die Geschichte muss halt trotzdem genauso gut erzählt werden, wie halt in der, wovon es halt adaptiert wurde und da nehme ich zum Beispiel jetzt mal Dschungelbuch und König der Löwen als Beispiel. Das war super. Da hat es überall gepasst. Wo ich selbst da sagen muss, waren halt so manche Lieder und dafür ist ja nun mal in der Hinsicht das Dschungelbuch und König der Löwen bekannt für halt ne Musical-mäßige Lieder bla 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 und das war mir auch zu wenig. Da war mir an vielen Ecken einfach, hat mir das gefehlt, welches Lied da gemacht wird. Gut, wie gesagt, das hat auch alles irgendwo was mit Lizenzen bestimmt zu tun, aber das war so der Moment, wo ich immer gedacht habe, Dega, das hättet ihr jetzt auch echt original geträumt machen können oder eine Szene von der Länge ausführen. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, Alter, das, warum muss man hier an der Ecke jetzt sparen, um halt an der anderen Ecke vielleicht was Neues einzufügen, was halt gar keinen Sinn macht. Ja, also wie gesagt, bei Real Life, Live Action Adaption ist halt wirklich Qualität sehr, sehr hoch, muss hoch sein. Wenn das halt, wie gesagt, von der schauspielerischen Leistung nicht passt, von den Schauspielern nicht passt und dann halt noch mit schlechten Special Visual Effects und einer schlechten neu angepassten Story auf halt momentane Situationen, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Das ist definitiv meine Meinung und ja, das tatsächlich, wäre es jetzt auch schon mehr oder weniger mit diesem Podcast, ist definitiv mal kürzerer, aber ist vielleicht auch gar nicht mal so schlimm. Also wie gesagt, ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu schreiben, wie ihr grundsätzlich zu Live Action Adaption steht und ob ihr der Meinung oder seid ihr der Meinung, dass es momentan so viel geworden ist, dass halt da jetzt die Qualität genauso darunter leidet, wie unter, also wie Marvel, also Marvel-Filme unter Marvel. Es kommt immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer schneller, immer schneller und darunter leidet die Qualität und wie gesagt, jetzt das fünfte meint einander, Live Action Adaption muss 100% von der Qualität stimmen. Casting, Synchronisation, sowohl am besten deutsch- und englische Fassung und einfach halt Akkurarität. Am besten muss man das Original und die Adaption nebeneinander laufen lassen, dann wäre es top. Bin ich zumindest der Meinung. Deswegen, hier an der Stelle, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Das ist definitiv meine Meinung. Es gibt gewisse jetzt viele Leute, die sagen, nee, mach halt doch lieber ne Adaption, die, obwohl das Moment, das muss ich jetzt auch anders erklären. Also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, hier eins zu eins genommen ist halt so lazy und nur Geldmacherei. Stimmt auch weiterhin, aber wie gesagt, das Problem ist ja, dass sie das Original nehmen, sich daran entlanghangeln, aber halt hier und da schlechte Sachen anpassen. So, entweder ist es wirklich 100% original, das heißt wirklich, Szene, für Szene, Frame für Frame am besten. Oder man sagt, man nimmt, macht eine komplett neue Story, passt es aber auch an und kommuniziert das. So, dann nennt man halt König der Löwen nicht König der Löwen, sondern wenn man jetzt Simbas Geschichte erzählt oder Mufassas Geschichte erzählt, man nennt es Mufassas Story. So, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Wie gesagt, damit jetzt da keine Verwirrung stiftet, ist natürlich, wenn es eins zu eins übernommen wird, die Geschichte, aber es wird schlecht gemacht, finde ich, ist es einfach so gesagt, oh komm, wir verdienen einfach mit der gleichen Geschichte nochmal das gleiche Geld. Wenn es aber eins zu eins kopiert wird und es dann halt auch richtig gut kopiert wird, dass man sagt, okay, ich kann mich damit identifizieren, weil ich das damals als Kind vielleicht schon gesehen habe, als Kind schon gesehen habe, ist es was anderes. Nichtsdestotrotz ist es weiterhin einfach ein simpler und kostengünstiger und schon fast langweiliger Weg und fauler Weg, noch mehr Geld zu scheffeln. Das ist tatsächlich komplizierter, habe ich jetzt auch während den Reden gemerkt, das ist ein komplizierteres Thema, als man denkt, weil wie gesagt, das ist halt dieser schmale Grad zwischen, man will leichtes Geld mit einer Story machen, die schon besteht und macht halt einfach Scheiße oder man will leicht Geld machen mit einer Story, die besteht, macht es gut. Das ist halt ein gravierender Unterschied. Das ist halt, ja, das muss man halt sich auch vor Augen halten. Natürlich geht das Ganze auch in die andere Richtung. Momentan ist ja auch zum Beispiel durch den Mario-Film wird wahrscheinlich jetzt sehr, sehr viel in Richtung Animationsfilme gehen, die sich an irgendwas anderem orientieren, in dem Fall jetzt im Spiel und da war ja auch der Fall, dass Peach definitiv so krass umgeschrieben wurde, dass es definitiv den, ähm, halt die Authentizität rausgenommen hat. Das war nicht Peach, wie sie in den Spielen war und dementsprechend hat das auch irgendwo einfach nicht gepasst und das hat es rausgenommen. Auch wenn es das erste Mal war, dass Mario in Action getreten ist und Mario immer so, oh mein Gott, oh mein Gott, mein Gott, aber das war Mario früher, der hat immer nur rumgeheult, genau wie Luigi, die haben immer, ich lasse das Ding jetzt das dritte Mal fallen. Die haben immer nur rumgeheult, aber nichtsdestotrotz haben sie dann gesagt, okay, ich ziehe jetzt durch, jalla, Abfahrt und Peach war halt immer so, ja, Hilfe, Hilfe. Ich verstehe, dass man so einen Charakter nicht unbedingt in einem Film braucht, dass man einfach jemanden da hinschattet und sagt, komm, du bist jetzt hier unsere Jungfrau in Nöten, aber Peach wurde halt zu einer fucking Bad Bitch umgeschrieben und das passt halt null und in die Richtung kann das Ganze natürlich auch gehen, dass man sich jetzt an Sachen, an Real-Life, doch an Real-Life-Sachen orientiert und daraus eine Animationsserie zum Beispiel oder einen Animationsfilm macht, das kann genauso schnell in die Hose gehen, weil es dasselbe Prinzip halt nur in die andere Richtung ist und man hier jetzt in dem Fall sagen muss, da kann man halt mit mehr Animationen, kannst halt da ein bisschen mehr Action rauskitzeln hier und da, aber halt auch da, das weiß ich nicht, dann denken die Leute sich auch, komm, jetzt schreiben wir alles um. Naja, zumindest so, wie wir halt gerade lustig sind in dem Fall, ne. So, jetzt habe ich doch noch wieder ein paar Minuten hier rumgebracht. Ja, also wie gesagt, das war ein bisschen kürzer. Ich hoffe, wenn ihr dran geblieben seid, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, das funktioniert ja tatsächlich hier und da immer mal sehr gut, schreibt doch gerne mal, weil das das Teil ist, was ich die ganze Zeit fallen lasse, schrauben es hier in die Kommentare oder für die, 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 Entschuldigung, dass ich jetzt so sagen muss, für die Besserwisse unter euch, schreibt doch gerne Schraubendreher. Da könnte man sich jetzt stundenlang drüber unterhalten. Ich nenne es Schraubenzieher. Punkt. So, ähm, wie gesagt, schreibt gerne mal Schraubenzieher in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geguckt habt und lasst, wie gesagt, gerne mal eure Meinung zu diesem Thema da. Es ist ein schwieriges Thema und wahrscheinlich könnt ihr euch jetzt noch ewig länger drüber unterhalten, aber ich denke, ich habe so meine Meinung auf den Punkt gebracht. Das war ja sowieso Hauptthema. Meine Meinung zum One Piece Trailer. Der Trailer ist krass. Ich finde es krass, dass sie die Synchronstimme im Deutschen so hundertprozentig bekommen haben und ich denke, die Serie wird nicht schlecht, aber es muss sehr gut sein und ich sage mal, One Piece, der Anime hat, weiß ich nicht, der hat halt ein sehr, boah, keine Ahnung, wie soll ich das nennen? Das ist halt eine hohe Latte, die der gelegt hat. Sehr hoch. Und wenn die Live-Action-Adaption das nicht packt, dann wird auch die ein Flop werden und das muss man leider so sagen, wie es ist. Wie gesagt, ich komme jetzt hier zum Ende. Ihr wisst gerne, was ihr in die Kommentare schreiben könnt. So und macht euch auf jeden Fall gefasst. Wie gesagt, dieses Wochenende, also heute ist Freitag, wenn ihr das hier seht, dieses Wochenende kommen zwei Videos. Sein ist auf jeden Fall ein The Walking Dead Charakter Clash Turnier Video und das andere habe ich noch nicht aufgenommen. Dementsprechend weiß ich auch noch nicht was. Entweder ist das auch nochmal ein Video zu The Walking Dead oder es ist, Moment, ich habe hier noch irgendwo was oder es ist was zu Marvel. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Deswegen seid gespannt und an der Stelle auch gesagt, wenn ihr euch für solche Themen interessiert, Filme, Serien, Real Life, Real Life, Real Talk, Geschisse, Fakten, Theorien und Sonstiges, bleibt doch gerne auf dem Kanal. Momentan, wie gesagt, sehr viel The Walking Dead hier, aber das wird auch erstmal so bleiben, weil ich mich an The Walking Dead immer noch nicht satt gesehen habe und dementsprechend das auch einfach hier auf dem Kanal überbringe. Nichtsdestotrotz kommt hier auch was zu anderen Filmen und Serien, keine Frage. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich labere jetzt nicht noch länger. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat dieser Podcast hier gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt, gerne in den Kommentar schreiben, Abo dalassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Sehen wir uns dann auch wortwörtlich wieder und dann ich selbstverständlich auf derselben alten Couch. Wir wissen es, ne? Das wäre zwar nicht die Abwand von dem Podcast hier, aber ich wollte es einfach mal, passt halt. So, ich bin jetzt erstmal raus und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Aber bis dahin erstmal Ciao.